Das internationale Kapital Das internationale Kapital agiert weltweit. Die Konzerne kennen keine Grenzen. Die Arbeiter werden gekündigt. Die Aktien steigen und steigen. Ein Standort wird geschlossen. Ein neuer Standort in einem anderen Land aufgebaut. Die Investitions- und Plankosten sind niedriger dort. Der Betriebsrat kämpft um seinen Standort. Standort ist zu teuer, er wird geschlossen. Mein Hemd ist mir näher als dein Hemd. Solidarität mit wem? Ich kenne den doch nicht. Solidarität über Grenzen. Mit ärmeren Ländern. Der verdient doch dreimal weniger. Na und? Wegen dem soll ich meinen Job verlieren. Ich habe auch Familie und Kinder. Die sollen auch mal studieren können. Ich bin schon 50. Wo bekomme ich einen anderen Job her? Das internationale Kapital agiert weltweit. Und jetzt bin ich an. Wo bekomme ich. Wir tengan die Überfl funk.